Ich schule auch für die anderen Leiden, damit ich nicht in die Höhe komme und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nein. Das ist nicht mehr Leiden, das ist so leicht, das ist aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schulen. Das ist nicht mehr Leiden, das ist nicht mehr Leiden, das ist nicht mehr Leiden. Das ist nicht mehr Leiden, das ist nicht mehr Leiden, das ist nicht mehr Leiden. Das ist nicht mehr Leiden, das ist nicht mehr Leiden. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Das muss noch etwas zu sagen. Weil der Teufel größere macht. Das muss noch etwas zu sagen. Das muss noch etwas zu sagen. Im Namen des dreifaltigen Gottes, im Namen des dreifaltigen Geistes, gewohre ich dir auszufahren. Das muss noch etwas zu sagen. Das muss noch etwas zu sagen. Das muss noch etwas zu sagen. Untertitelung des ZDF, 2020